Nach dem plötzlichen Förderstopp für E-Autos sind tausende Käufer die gelackmeierten. Wie Habeck nicht nur die Käufer von E-Autos, sondern ganz Deutschland gnadenlos ruiniert. Und was das für dich bedeutet, schauen wir uns im Video an. Eine Kernidee von Habecks Politik zur CO2-Reduktion ist die Förderung der E-Mobilität. Um möglichst viele Käufer zu animieren, ein E-Auto zu kaufen, wurden ab 2016 großzügige Kaufprämien von zuletzt bis zu 4.500 Euro ausgelobt. Und hier stellt sich mir schon die erste Frage. Wenn eine Technologie überzeugt, benötigt es grundsätzlich keine teuren Subventionen, um sie durchzusetzen. Überzeugt eine Technologie nicht, wird sie durch Subventionen auch nicht besser. Ob die Technologie im gesamten Lebenszyklus eines E-Autos wirklich zum gewünschten Ergebnis der CO2-Reduktion führt, werden wir wohl erst in ein paar Jahren verlässlich wissen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiepolitik habe ich da allerdings meine Zweifel. Wenn die Kohlekraftwerke den Strom produzieren, frage ich mich, was das für die CO2-Bilanz wirklich bedeutet. Wenn sich ein Käufer aber für den Kauf eines E-Autos entscheidet und die Kaufprämie in seiner Entscheidung logischerweise eine beachtliche Rolle spielt, dann würde er diese Prämie auch gerne erhalten. Und genau hier ist der Bruch. Nachdem das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung die Nutzung von 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds untersagt hatte, musste eiligst der Haushalt angepasst werden und an einigen Stellen der Rotstift angesetzt werden. Am 13.12. wurde daher beschlossen, dass die E-Auto-Prämie wegfällt. Und zwar bereits ab dem 18. Dezember. Wirklich kommuniziert wurde das genau zwei Tage vorher mit dieser Pressemeldung vom 16. Dezember. Der 16. Dezember war ein Samstag. Selbst wer noch schnell seine Prämie beantragen wollte, hatte überhaupt keine Chance mehr, weil die Zulassungsstellen am Wochenende geschlossen sind. Brisant ist, dass Käufer, die ihr Auto zwar rechtzeitig bestellt haben, aber vor dem 18. Dezember noch nicht zulassen konnten, diese Prämie nicht mehr erhalten. Im Klartext, du bestellst dir ein E-Auto, meinetwegen im Oktober mit Liefertermin 20.12. und kalkulierst bei der ganzen Finanzierung die Prämie von 4.500 Euro ein. Und dann kommt die Regierung und streicht die Prämie einfach weg. Keine Vorwarnung, kein Bestandsschutz, nichts. Einfach weg. Das bedeutet für private Käufer, dass sie nun netto 4.500 Euro mehr Belastung aus versteuertem Geld haben. Das entspricht einem Bruttoverdienst von ca. 9.000 Euro. Für die meisten Menschen sind es ein paar Monatsgehälter. Eine Vorlaufzeit von weniger als 48 Stunden für eine Maßnahme, die Menschen mehrere Monatsgehälter kostet, ist der Todesstoß für das ohnehin schon angeschlagene Vertrauen in die Politik. Wie sich andere Branchen nach aktuellem Stand erfolgreich gegen solche Aktionen wehren, zeige ich gleich noch. Offensichtlich sieht das die Industrie aber genauso und springt in die Bresche. Gerade lese ich eine Meldung von Stellantis, dem Mutterkonzern von Opel, Peugeot, Fiat und Jeep. Stellantis will für Kunden, die ihr Auto vor dem kurzfristigen Wegfall der Prämie bestellt haben, die volle Prämie übernehmen. 80% will der Mutterkonzern zahlen, wenn die Händler die restlichen 20% übernehmen. Zahlt der Händler nicht, will auch der Mutterkonzern seinen 80%-Anteil nicht übernehmen. Diese Ankündigung setzt andere Hersteller unter Zugzwang, die ziemlich sicher nachziehen werden. In einem ohnehin schwierigen Marktumfeld trifft das den Händler aber doppelt. Er muss für die 20% einstehen, ob er will oder nicht und wird künftig deutlich weniger E-Autos verkaufen. Im November wurden bereits 25% weniger E-Autos zugelassen als noch im Oktober. Würden die Hersteller nicht einspringen, hätte das aber wohl zur Folge, dass massenhaft Bestellungen storniert würden oder aber von Kunden einfach nicht bezahlt werden könnten. Dann könnten sich die Hersteller und Händler mit Stornierungen oder offenen Kaufpreisforderungen herumschlagen. Das Ganze ist einmal mehr der Beweis, dass auf staatliche Garantien kein Verlass ist. Wir sind also gut beraten, unsere wirtschaftlichen Entscheidungen weitgehend unabhängig von irgendwelchen staatlichen Förderungen zu treffen. Ist eine Investition sinnvoll, rechnet sie sich auch ohne Förderung. Kommt die Förderung hinzu, umso besser. Rechnet sich eine Investition ohne Förderung dagegen nicht, ist es nun mal keine sinnvolle Investition und sollte in meinen Augen nicht getätigt werden. Die finanzielle Eigenverantwortung muss im Vordergrund stehen. Wer sich auf den Staat verlässt, ist ganz offensichtlich verlassen. Welche Fehler Anleger mit ihrem eigenen Vermögen immer wieder machen und wie du sie vermeidest, zeige ich übrigens in einem kostenlosen Online-Workshop. Mehr dazu unter dem Video. Und damit sind wir bei der Automobilindustrie angekommen. Einst stolzes Herzstück der deutschen Industrie. Die Automobilindustrie hat Deutschland zu dem gemacht, was wir aktuell sind, bzw. demütig muss man eigentlich sagen, was wir einmal waren. Politisch gewollt hat sich die Industrie von ihrer Kerntechnologie, der Verbrennermotoren, wo wir einfach Weltklasse waren, wo uns niemand was vorgemacht hat, mehr und mehr verabschiedet und voll auf den Ausbau der E-Auto-Flotte gesetzt. Beispielsweise hat Volkswagen für 1,2 Milliarden Euro in Zwickau ein ganzes Werk ausschließlich auf die Produktion von E-Autos umgestellt, weil man der Politik vertraut hat. Dort wird man wohl nun zukünftig noch mehr Arbeitsplätze abbauen müssen, als es bisher eh schon der Fall ist. Laut Professor Dudenhöfer, dem Automobilpapst in Deutschland, ist der Heimatmarkt der Schlüssel schlechthin, um neue Technologien zu entwickeln. Wenn die Subventionen gestrichen werden, werden E-Autos weniger interessant und die Hersteller müssen zweigleisig fahren. Also auf der einen Seite das E-Auto weiterentwickeln und gleichzeitig auf der anderen Seite die Verbrennertechnologie beibehalten. Somit ist aber der Heimatmarkt für deutsche Automobilhersteller viel zu klein, um hier auf nennenswerte Stückzahlen zu kommen. In China werden nach Dudenhöfers Aussage 2025 etwa 7 Millionen chinesische E-Autos verkauft, weil der Staat subventioniert und diese Technologie unbedingt auf die Straße bringen möchte. Das führt bei der Herstellung zu Skaleneffekten, also aufgrund der hohen Anzahl zu deutlich geringeren Produktionskosten. Das gleiche gilt für Tesla. Tesla baut heute schon etwa 2 Millionen E-Autos zu einem verhältnismäßig günstigen Preis, weil sie einfach nichts anderes als E-Autos bauen. Und so ist das Tesla Model Y oder Model Y, das in Deutschland meistverkaufte Auto, gefolgt vom Model 3. Deutsche Hersteller kommen aufgrund der geringen Absatzzahlen nicht an die Produktionskosten der chinesischen Hersteller und Tesla heran und werden mehr und mehr abgehängt. Und damit verschwinden nicht nur deutsche E-Autos, sondern auch die Arbeitsplätze. Grundsätzlich sehe ich Subventionen sehr, sehr kritisch. Subventionen sind neben den Sozialausgaben einer der größten Kostentreiber im Bundeshaushalt. Hier einzusparen ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Die Bürger vor den Kopf zu stoßen, indem man sie quasi über Nacht vor vollendete Tatsachen stellt, ist aber unter aller Kanone und ein Offenbarungseid der Regierung. Im gleichen Zuge wurde den Landwirten auch die Vergünstigungen für Agrardiesel und die Steuerfreiheit für landwirtschaftliche Fahrzeuge gestrichen. Die Bauern sind daraufhin zu Tausenden in ihre Traktoren gestiegen und haben Berlin quasi überrannt. Bauernpräsident Joachim Rukwied kündigte einen heißen Januar an, wenn die Regierung die Kürzungen nicht umgehend zurücknimmt. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen heißen, einen sehr heißen Januar geben wird. Die Bauern lassen sich also nicht so einfach vor den Kopf stoßen. Aktuell sieht es danach aus, dass die Regierung einknickt, die Proteste zeigen also ihre Wirkung. Es bleibt spannend, wie es mit der Ampel und Herrn Habeck weitergeht. Wie die Aussichten für Deutschland aus Sicht von Professor Hans-Werner Sinn generell sind, zeige ich in diesem Video. Alles Gute und bis bald!